Ja, hallo, da sind wir wieder. Oh, falsche Taste, hey. Genau, ja, wir sind wieder zurück in der nächsten Minecraft-Session. Ja, Mauli, der Maulwurf ist immer noch da. Ich weiß gar nicht, ob man Maulwürfen eigentlich einen Name-Tag geben kann. Müssen wir mal gucken, aber die hauen immer so schnell ab. Und ich glaube, Chocoboos geht auch nicht, aber das haben wir noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall kriegt unser Lieblingsferkel, PiggyPig, kriegt jetzt heute mal, wie ihr seht, ein Namensschild. So, für die Leute, die das schon mal gesehen haben, oder die letzten Folgen gesehen haben, werden sich vielleicht wundern. Oder irgendwann mal die Folgen gucken, kann man ja auch so sehen. Warum auf einmal hier Weins dranhängen, ja. Und hier auch. Es ist leider so, dass ich drei Folgen noch hatte, die aber auf wirklich wundersame Weise nicht funktioniert haben. Das heißt, alles, was ich in den drei Folgen gemacht habe, ungefähr, ich würde mal sagen, so anderthalb Stunden. Dazu zählt auch das. Ich weiß nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall ist es verloren. Jetzt wollte ich mal so rumgucken und sagen, okay, das hat sich verändert. Hier habe ich also überall so ein bisschen. Ich bin auch auf Peaceful übrigens, wollte ich sagen, weil ich wollte das eben kurz zeigen. Und da hatte ich jetzt kein Interesse. Wir machen gleich auf normal. Da jetzt hier. Genau, hier habe ich auch welche dran gepappt. Also das habe ich nur da gemacht, wo die Holzbalken sind. Und immer geguckt, dass wir unterschiedliche finden. Das fand ich eigentlich ganz schön. Hier drüben ist bisher am besten gewachsen. Genau, hier. Die lilanen, die sind echt schön. Ich muss mal gucken, ob das aussieht. Aber ich denke schon, so ein Turm, der so ein bisschen... Vielleicht können wir mal gucken, ob wir eventuell mal später ein paar Steine austauschen. Aber wir haben ja gesehen, ich habe aber vergessen, welcher Stein das war. Den wir geschüsselt hatten, der dann so ähnlich aussieht wie der. Also das ist ja dieser Details. Das heißt, dieser Cobblestone Brick, der ist nicht so klar gezeichnet. Und es gibt ja die anderen, die du aus dem eigentlichen Stein machen kannst. Und die sehen dann so richtig klare Kante. Richtig scharf geschnitten. Und die sind so ein bisschen... Ja, die sollen halt älter wirken. Und das wirkt so ein bisschen, wie ihr seht, so ein bisschen verschwommen. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und da habe ich überlegt, so ähnlich sehen auch diese grünen Steine aus. Vielleicht überlegen wir mal, ob beim Laufe der Zeit, wenn gar nichts mehr einfällt, vielleicht auch mal sowas machen. Genau, und dann habe ich hier, glaube ich... Oh, Schokobofel dann, sehr gut. Auch noch gemacht. Ja, unser Haus haben wir natürlich noch gar nicht weiter gemacht. Ich habe ja gar keine blauen dran, sehe ich gerade. Die hatte ich eigentlich mitgebracht, glaube ich. Wir waren ja von der Reise und haben dann unten gebaut. Das zeige ich euch auch noch. Da müsste aber das meiste... Wieso gehe ich jetzt wieder da runter? Achso, ich wollte gucken, wo die blauen sind. Die habe ich gar nicht drin. Ich liebe ja Wein, so wie hier. Also... Ranken. Ich war jetzt echt am Überlegen. Ja, du bist ein dummes Ding. Genau, sonst hat sich hier nichts getan, aber drinnen noch ein bisschen. Da können wir mal eben gucken. Ich glaube, hier hatten wir ja den Dings gebaut. Genau. Zeige ich euch mal eben. Hier waren wir ja mit unserem Keller hier fast fertig. Genau. Wo sind wir denn? Da. Genau. Die Tür ist natürlich... Die ist die passpräzise. Supi. Ja. Das habe ich schon runtergenommen. Ich glaube, in der letzten Folge müsste das eigentlich noch da gewesen sein. So ganz. Und das hier habe ich gemacht. Das war also auch noch nicht zu sehen. Und hier habe ich Guitars dran. Genau. Und dann habe ich hier die Goldbeerenbüsche schon mal draufgepappt. Und das war eigentlich eine Folge, wo ich... Die war jetzt super spannend. Rauskriegen wollte, wie ich das hier machen kann. Und das war erst riesengroß und bla bla bla. Weil ich hatte hier hinten eigentlich ganz normal das hingebaut. Nur dann ist mir aufgefallen, dass diese ganze Struktur, die wir auf dem Boden haben, komplett weg war da hinten. Da habe ich gedacht, ja wow, da hättest du ja gar nicht so lange rumdoktern müssen. Und deswegen haben wir das jetzt mal so ein bisschen kleiner gemacht. Genau. Wir werden eventuell noch mehr Goldbeerenbüsche kriegen. Aber ich glaube, das reicht. Da brauchen wir keine 500 von. Genau. Und das soll ja so ein bisschen unsere Special-Nummer hier sein. Müssen wir eben hier ein bisschen abernten. Genau. Moment, Moment, Moment. Genau. So ein bisschen Exploitation Part. Genau. Wir wollen ja weiter in den Englischen. Und deswegen müssen wir ab und zu solche Sachen reinbringen. Dann wirkt das so international, wisst ihr? Und dann wirken wir so klug. Ja, also wir nicht, sondern ich. Ihr natürlich jetzt weniger. Aber ich jetzt halt einfach. Dann nehmen wir mal ein paar Goldbeeren mit. Finde ich süß. Oh, ja, mach mir ruhig kaputt. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch die Decke fertig machen. Und was ich mir hier halt aufgeschrieben hatte, seht ihr? Genau. Goldene Laterne mit blauen Kerzen. Also ich will gucken, dass wir hier zwei, vier, jeweils eine dazwischen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So goldene Laternen machen. Mit blauen Kerzen allerdings drin. Und dann müssen wir nur noch gucken, wie wir die Decke machen. Ob wir die bemustert machen, weiß ich noch nicht. Aber ich habe ja immer dieses Fable und ich habe diese Gitter hier dran gemacht. Genau. Das Fable. Und ich müsste die Treppe gleich noch eben fertig. Haben wir noch Steine dabei? Das können wir jetzt eben machen. Das wäre jetzt gar nicht mal so. Nein, haben wir natürlich nicht. Weil ich habe mal wieder guterweise doch mal wieder nebenbei den Rucksack ausgeräumt. Was ich ja sonst nicht so häufig mache. Wir müssen mal eben die Sachen platzieren, damit wir die da haben, wo sie hingehören. Genau. Das gehört eigentlich jetzt hier oben. Ne. Haben wir die Kiste nicht schon nach unten gepackt? Ne. Haben wir natürlich noch nicht. Haller nicht. Hat er nicht. Genau. So. Guck mal. Das sieht ja schon wieder gut aus. Da können wir doch gleich mal ein bisschen was, vielleicht nicht gleich, oder demnächst ein bisschen was verzaubern. Genau. Soulbound Efficiency 4. Unbreaking Silk Touch. Ja. So. Die können wir nach unten packen. Den brauchen wir ja nicht. Die müssen wir noch machen. Jetzt haben wir da zumindest die mal. Weil die ist ja in der neuen Minecraft Version. Hier diese Microsoft Version. Weil wir spielen ja immer noch. Immer. Immer. Immer noch. Wo ist mein Bogen? Ich habe Pfeil, aber keinen Bogen. Ja. Hm. Gut. Das kann er oben hin. Das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Die haben wir immer nur für den Notfall. Für den Fall, dass irgendwas mit den Tieren. Was ist denn mit den Tieren? Genau. Packen wir hier mal eben kurz ein paar Fackeln hin. Das können wir mit raufnehmen. Die Schüpe kann nach unten. Aber da müsste eigentlich ein Bogen hin. Was haben wir hier? Die Silk Touch Unbreaking brauchen wir nicht. Efficiency brauchen wir jetzt auch nicht. Und die hat Fortune. Und Efficiency 1. Okay. Die lassen wir ja oben. Die brauchen wir nur zum Dings. Und hier haben wir XP-Boost auf der Axt. Warum auch immer. Ich habe es vergessen. Ich wollte irgendwas machen und habe wahrscheinlich wieder... Ah. Projectile Protection. Genau. Aber wo ist mein Bogen? Hallo. Genau. Das machen wir natürlich auch noch weg. Was hier reinkommt, übrigens weiß ich noch nicht. Und jetzt habe ich ja diese Dinge fertig. Genau. Macht das doch wie Vitrinen. Genau. Wir wollten ja hier so Vitrinen-artig. Ich weiß noch nicht, was wir da reinstellen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir hier auch so einen ganz, ganz kleinen... Wie so eine Art Treasury Room. Treasury Room. Wo wir dann die Treasuries reinpacken. Genau. Und ich will gucken. Aber das klappt halt mit den Gitters nicht. Dass wir, wie ihr das hier seht, eine Tür reinmachen. Genau. Eine Karpentertür wäre natürlich sinnvoll. Weil wir die dann in Gittersform machen können. Aber, wie ihr seht, ist der Nachteil, die Gitters sind in der Mitte eines Blocks. Wir haben hier mal einen kompletten Block. Egal, was wir bauen. Auch wenn das nur hier halb aussieht. Oder vielmehr so dürre. Aber es ist ja ein kompletter Block. Man sieht es nur nicht. So. Und das Blöde ist mit der Tür. Die ist am Anfang oder am Ende des Blocks. So. Und die Gitters sind in die Mitte. So. Und jetzt ist das Problem, dass ich gerne hier eigentlich eine Tür drin hätte. Ja. Müssen wir mal gucken, ne. Ob wir das vielleicht dann über Gitters Blöcke machen. Es gibt ja auch, glaube ich, Glas, was aussieht wie Gitters. Aber jetzt müssen wir mal eben gucken, wo ist denn unser Bogen? Da. Das war der Infinity. Den können wir noch nicht nehmen. Power 4, Punch 2. Okay. Was haben wir hier? Flame 1. Okay. Unbreaking 3, Soulbound. Aber Soulbound braucht doch kein Mensch. Also für den Bogen doch nicht. Nee, Soulbound heißt ja, der bleibt bei mir. Aber bleibt ja sowieso. Ich habe ja die Grabmod hier drin. Flame 1. Unbreaking 3. Können wir hier nochmal gucken, ob wir hier ein Unbreaking drauf kriegen. Und eine Flamme. Unbreaking. Power 4. Punch 1. Punch 4, Punch 2. Ja, ist auch super. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir den verzaubert kriegen. Wo ich den anangelassen habe, weiß ich jetzt ehrlich nicht mehr. Aber ist ja auch egal. So, den wollten wir jetzt mal aufpeppen. Pimp the Bogen. Too expensive. Ich hasse das. Ich hasse das. Like the best. Kostet 33. Und da hätten wir jetzt Power 4 und Punch 2. Hier haben wir Punch 2 und Power 4. Nee, das Unbreaking ist da mit dabei. Unbreaking 3. Das kostet 33. Okay. Ja, heutzutage muss man, wenn man 33 sagt, schon aufpassen. Das ist ja... Ja. Jetzt nicht alles so glücklich gelaufen in den letzten Tagen. Ich bin dann heute auf am 8.2. Wollte ich nochmal sagen. Samstag. Unbreaking 3. Power 4. Warum ist überall nur Power 4? Kann ja nicht mal anderes sein. Flame. Punch, Punch. Ach, punch mich weg hier. Power 3. Ich hätte gern Unbreaking. Da. Und Power 4. Das könnte vielleicht auch noch klappen. Moment. Ähm, Punch und Power haben wir. Und hier ist Power 4. Too Expensive. Ich verstehe nicht, warum das zu teuer ist. Kann ich das umgekehrt machen? Nee, ist auch Too Expensive. Ach, geh scheiß die Wand an. Okay, dann nehmen wir halt den Bogen mit. Ist mir doch jetzt egal. Ja. Dann machen wir das eben nicht. So, hast du Pech. So, dann kommt der mal hier neben. Dann wissen wir, den wollen wir eventuell verwenden. Packen wir den da rauf. Den da hin. Ähm. Oder klappt das mit dem da? Weil das mit dem, ähm, mit unserem Superbogen, das funktioniert leider nicht. Also der ist nicht zu reparieren. Das heißt, immer Too Expensive. Für den Fall, dass mal einer da ist, der weiß, wie sowas geht. Der könnte mir ja mal mitteilen, ob er weiß, wie sowas geht. So, wenn ich den jetzt reinpacke, müsste ich den doch reparieren können. Kostet 32, Unbreaking 3. Ja. So, dann haben wir doch ein paar... Jetzt haben wir eine halbe Folge damit verbracht, das zu machen. Das ist auch schön, ja. Spannend, ne? Spannend, finde ich auch. Ja, super spannend und aufregend. Okay. Sobald wir jetzt den Bogen fertig haben, machen wir dann auch die Monster an. Dann können wir da rumschießen. 6, 9, 27, nicht 9, 29, 30, 31, 32. Wunderbar. So, die behalten wir jetzt mal hier. Die packen wir gleich weg. Dann reparieren wir mal eben unseren Bogen. Dann haben wir einmal einen kompletten mit Unbreaking. Und das ist jetzt unser neuer. Und wir haben XP Boost. Power und okay. Sehr schön. Okay. Was anderes haben wir... Ach da, guck mal einer an. Unbreaking 3, Flame 1. Power 3, Auto Smelt. Wieso ist das hier unten drin? Weiß ich nicht. Ich soll vielleicht mal ein Schild dran machen. B wie Bögen. Okay. Ach so, wir wollten ja hier die Sheet-Nummer ausmachen. Genau, die P-Nummer. Die P wie Pussy. So. Ja, Chocobo. Das ist auch eine toll sortierte Kiste. Die ist... Boom. So, jetzt habe ich vergessen, was ich überhaupt machen wollte. Ich habe es wirklich vergessen, ja. Ich habe es einfach nur gelabert. Ja, das ist natürlich immer blöd. Ach so, wir müssen die... Das habe ich gerade schon gesucht. Da ist doch die Weste. Weil wir schwimmen nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. So, das kann weg. Das kommt wieder hier hin. Dann haben wir einen normalen Goldhelm. Den können wir natürlich hinten reinpacken. Und ich würde sagen, wir lassen auch mal... Können wir die eigentlich reparieren? Protection 3. Müsste doch gehen. Können wir gleich mal gucken. Aber wir haben keine Dings mehr. Oh, wir müssen was essen. Ja. Genau. So. Und heute wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen was mit dem Haus machen. Also jetzt in dieser Aufnahme-Session. Dass wir da so ein bisschen mal gucken. Und wir müssen irgendwie eine Verbindung kriegen von hier nach drüben. Weil es ist immer blöd, dass ich hier oben herlatschen muss. Also ich hätte gerne hier unten... Da müssen wir ziemlich tief graben, glaube ich. Einen Tunnel. Dass wir hier reinkommen. Weil das ist dann wesentlich einfacher. Ja. Ne, da. Siehst du? Und das Tolle ist, wenn du die Essenzbeeren-Busch-Beeren da reinpackst, dann werden die automatisch zu Nuggets. So. Haben wir hier noch was Spannendes? Nö, überhaupt nicht. Aber ist schön, ja. Komm, iss mal eben die Beeren auf. Das ist jetzt kurz, dass du die rumschleppst. Ja. So. Und genau. Wir müssen eigentlich gucken, dass wir noch einen Harvester machen. Und eigentlich müsste ich hier alles aufräumen. Weil das ist nur chaotisch und durcheinander. Und wir haben kein Pferd. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir die Dings hier noch anders machen werden. Vielleicht machen wir die auch mit Bricks. Aber irgendwie will ich das da oben ein bisschen anders haben. Ich bin mal... Aber das ist der Normale. Das ist der Raw Marble. Das ist nicht der weiße Shizzle Marble, glaube ich, oder? Haben wir den überhaupt? Da, ne? Nee. Hä? Wo? Hier. Weil die... Hätte ich gerne, dass die etwas klarer aussehen. Die haben so eine Maserung. Aber das ist Raw Marble Stairs. Ja, ja. Das... Ach, das ist doch der Shizzle Marble. Sag ich doch. Ägge. Ägge. Ägge, was sagt er denn dort? Das ist ja doch der Shizzle Marble. Wo ist denn der andere? Ja, jetzt habe ich hier nur weiße Steine drin. Super. Oben ist Andesit, Komatit. Und haben wir noch? Mossyston und Chok. Das hier ist Andesit? Okay, dann müsste das ja hier... Genau, den brauchen wir noch. Und hier unten ist aber Marble Weiß. Okay. Genau. Wir machen jetzt Weißen Marble. Ist auch Shizzle 2. Ey, lass mich doch mal in Frieden. Wo ist er? Wieso habe ich den denn da drüben drin? Ist hier kein Platz mehr? Ne. Deswegen, genau so. Packen wir den mal. Das ist Marble. Und das ist Chok. Und das ist Andesit. Hm. Versuchen wir mal Chok. Ich weiß nicht, ob man damit Treppen machen kann. So, wir bringen jetzt die Folge hier im Haus. Genau. Ist ja auch sehr klug. Kann man. Aber das sieht jetzt auch nicht so berauschend aus, ne? Keine Ahnung. Also bevor wir das machen, wir lassen das jetzt erstmal so. Bevor ich mich jetzt... Wieso springt das denn immer nach da oben? Geh doch hier unten hin. Hallo. Kann doch nicht wahr sein. So. Genau. Wir müssen noch Werkzeuge umbauen. Genau. So. Jetzt gehen wir mal rüber. Das ist unser Haus. Und wir sind immer noch nicht weitergekommen. Mit dem Haus. Genau. Außer, dass wir hier die Deko-Craft-Bench hingepackt haben. Die hier unsinnig rumsteht. Und hier machen wir... Ja, wohnen muss er ja, ne? Also hier machen wir Wohnzimmer, hatten wir, glaube ich, gesagt. Hier machen wir was mit Küche. Ja. Und jetzt müssen wir nur mal überlegen, welche Fenster wir machen. Das wäre jetzt das... Ja, das haben wir noch nicht. Da warte ich übrigens noch drauf. Weil mit diesem Garden Stuff, da kannst du echt einige schicke Sachen machen. Und ich mag diese schwarzen Gitterfens, Fens, Ironfens. Die gibt es nur bei Garden Stuff. Die finde ich wunderschön. Und da kannst du einige schöne Laternen mitmachen, die wir dann später wahrscheinlich in dieser oder in der rötlichen Farbe dann versuchen, um unser Haus zu bauen. Also, dass wir das Haus damit von außen beleuchten und nicht mit normalen Dingern. Aber da müssen wir noch mal gucken. Wann haben wir hier? Ach so, eine Washing-Plan. Ja, natürlich. Brauche ich auch direkt. Genau. Und die müssen wir unten reinpacken. Genau. Das machen wir aber später. Jetzt habe ich aber vergessen, weil ich wollte. Fenster. Deswegen eigentlich wollte ich schreiben, äh, Window. Gibt es eigentlich richtige Windows? Nein. Okay, dann machen wir mal Glas. Obwohl, wir können das Glas ja mal eben rumschüsseln. Das kannst du eh nur bis zum bestimmten... Ey, gerade schießeln, okay? Das kannst du ja gar nicht weiter schießeln, weil das geht ja gar nicht. Und du musst nüben. Ja, genau. Genau. Und dann musst du dies aus dem Rekord rausnehmen und dann musst du es schirseln. Genau. Wenn jetzt jemand ist, der diesen Dialekt wirklich spricht in seinem Heimatstaat, wo immer ihr da lebt, ähm, der wird natürlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das ist mir überhaupt egal, ne? Wir können das nicht, aber wir machen das trotzdem, ja. Es gibt ja auch Leute wie Taylor Swift, die nicht singen können und trotzdem Milliarden verdienen, ne? So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Das ist eigentlich das, was ich so am liebsten habe für Fenster im Haus. Nämlich dieses Japanese Glas. Genau. Ich finde das wunderschön. Und ich werde das wahrscheinlich auch drüben wieder nutzen. Jetzt nur noch fünf davon. Wofür haben wir eigentlich diese Silk-Touch-Kacke gemacht? Alter, ehrlich, ey. Weißt du, zwischendurch mal was falsch machen, ist ja okay. Da können wir ja nur mit leben, ne? Aber einfach nur blöd sein. Damit können wir nicht leben. Damit einmal Glas klar ist, Junge. Du hast extra ne Silk-Touch-Spitzhacke. Und da kommt nichts bei rum. So. Ich weiß immer noch nicht, warum ich ne Axt mit XP-Boost gemacht hab. So. Wir wollten aber eigentlich Fensterscheiben machen. Das war das Problem. Wir haben aber gar kein Glas mehr. Und haben wir denn noch genug Sand? Bitte. Ich hab noch Sand in den Schuhen aus der Weih. Jawohl. Ja. Und so, hier waren die Öfen gar nicht, siehst du. Das ist das, was ich meine. Ich möchte einfach hier runtergehen und da rüber. So. Und da müssen wir uns was einfallen lassen. Weil das rüberlaufen ist immer blöd. Obwohl ich ja den Weg mag. Der Weg ist, ne? Wie ihr wisst, der Weg ist dem Ziel. Und deswegen habe ich noch Kohle. 19. Und wie viel haben wir hier? Ey. Was ist denn für ne Nummer? Hallo? Bin ich hier noch was drin? Jo. Wir können gleich mal ein bisschen Kohle, wo wir grad hier unten sind. Genau. Packen wir mal ein bisschen Kohle rein. Schipper. Äh, packen. Ähm. Ja. Wir haben eh genug. Oder? mal 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann packen wir jeweils 3 rein. Ja. Rischisch. Ich zähle ja wirklich zu den... Ne, hallo, wir haben doch hier eine Truhe extra. Sei doch nicht so blöd. So, die Truhe ist dafür, um das einzusortieren. Mann. Ehrlich, ey. Weißt, da gibt es ja extra Mühe und dann achtet der Typ da nicht drauf. Ja. Genau. Was mir peinlich ist, dass es mir wirklich erst... Weißt ja, ob ihr das gesehen habt, aber in der letzten Folge erst aufgeweist. Ich habe so ein Konstrukt, mache ich ganz gerne. Und dann haben wir hier unseren Verteiler und ich hatte keinen Bock, die ganzen Erze zu verteilen und bin letztes Mal erst auf die Idee gekommen, dass man die auch hier reinpacken kann, ohne durch den Ofen zu jagen. Das muss man erstmal... Ne, so klug muss man erstmal sein. Hier ist gar keine Kohle drin. Warum nicht? Ach, weil die hier drin ist. Ha. Genau. Das müssen wir alles später machen. Es hat jetzt noch keine Verwandtnis. Und deswegen, genau, müssen wir jetzt mal gucken, was ich eigentlich machen wollte. Ah, wir wollten drüben gucken, wegen... Jetzt nehmen wir natürlich nicht die. Die wollte ich jetzt eigentlich auch nicht nehmen. Oder wir können mal eben die Efficiency reparieren. Wobei... Was hat die nochmal? Efficiency... Unbreaking... Ne, das ist die Silk Touch. Wo ist denn jetzt die andere? Da. Soulboard... Sorry. Efficiency. Okay. Ich würde sagen, wir benutzen die jetzt und dann... Komm, wir haben genug Diamanten. Oder? Ja, da können wir mal eine Diamanten- Spitzhacke machen. Komm. Weil die brauchen wir eh oft. Efficiency finde ich gar nicht schlecht, gerade wenn du am Rumbauen bist und so weiter. Das ist... Die habe ich hier dann nicht mehr. Genau. Ich habe die ja damals aus Eisen gemacht, weil ich die ganzen Diamanten nicht vergeuden wollte. Oder wie der Fachmann sagt, die Dias. Hast du die Dias wieder genommen? Und dann muss man sagen, ja, ich habe die Dias genommen. Aber ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht die Dias nehmen. Dias! Der nimmt die Dias! Wett? Dias! Der nimmt den Dias! Umgekehrt! Dias, der nimmt die Dias. Okay. Haben wir denn sowas wie, was ich suche? Poison, Repair, Repair 2, XP Boost, Fire Protection. Ja, das ist aber eher für eine Rüstung gut. Sharpness, 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 Protection 3, Sharpness 3, Smite, Luck of the Sea, nur Kacke. So. Können wir denn jetzt von dem was nehmen? Okay. Unbreaking 3. Wohl Efficiency haben wir hier nicht irgendwo, ne? Autosmelt? Ne. Und bei den Angeln auch nicht. Soulbound, Lure, Unbreaking, Lure, Lure. Unbreaking 3. Unbreaking 3. Können wir das da noch auftracken eigentlich? Müsste doch gehen, ist dein Zauberspruch. Nö, geht gar nicht. Ist ja auch eine Angel, sagen jetzt alle. Du bist blöd. Ja, ich weiß, dass ich blöd bin. Und ich weiß, dass das eine Angel ist. Hallo. Manche Leute sind auch echt frech. Das muss man ganz ehrlich mal sagen, ja. Erkennen die auch wiederum nichts, ne? Einfach so mal beleidigen hier. Okay. Dann geben wir uns mal das Risiko ein. Und gucken mal, was unser Zauberbuch hergibt, okay? Das wird uns natürlich wieder nichts geben, außer... Was mache ich denn da? Außer irgendwas wird man nicht brauchen auf einer Spitzhacke. Pass mal auf. So, ich glaube, wir brauchen 30 für den Höchsten, ne? Genau. Gucken wir mal. Ich habe jetzt mal nichts gesagt, damit ihr diesen Sound hört. So. Was machen wir denn jetzt? Geben wir 7 aus oder 16? Ich würde ja sagen, wir geben 16 aus, oder? Ich mache das jetzt auch. Und was haben wir? XP Boost. Supi. Ich bin begeistert. Sehr begeistert sogar. Get Unbreaking 1 und Silk Touch. Soulbound Efficiency. Sag mal, ne, das geht ja auch nicht. Das muss ja dann eine Diamantene sein, ne? Das geht jetzt auch nicht. Nein. Leider nicht. Okay. Dann machen wir die jetzt kaputt. Dann haben wir zumindest mal eine, die XP Boost hat, weil wir überhaupt nicht brauchen da drauf. Aber ist okay. Ja. Und dann gucken wir mal eben. Was wollten wir denn jetzt weghauen? Äh... Weiß da einer? Ne, ich nicht. Okay, wir gehen jetzt mal kurz rüber wegen die Fensters. Hi. Alles fit? Supi. Oh, ein Monster. So. Ah, Fenster. Genau. Wenn wir hier zum Beispiel dann, wie ist der Eingang? Dann könnten wir ein Fenster hier rein machen. Wir nehmen jetzt mal, ich mache da natürlich später Glasscheiben hin, für die, die jetzt gleich innerlich schon Krämpfe kriegen. Nach dem Motto, da nimmt man keine Blöcke, da nimmt man Glas Fenster. Aber die Frage ist, sieht das aus, in einem Haus, das aus, das ist zu tief, ne? Äh, nicht tief genug. Oder meine ich das nur? Ich finde das mit drei Blöcken jetzt, ehrlich gesagt, zu wenig. Also drei Blöcke hoch. Ich würde, wo ist denn die Taste? Ich würde das gerne noch, da bin ich jetzt ganz ehrlich, einen nach oben setzen. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht so, äh, 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 äh. Hier haben wir jetzt, aber wir bauen ja ein Dach drauf, eins, zwei, vier. Okay, vier finde ich eigentlich eine ideale Höhe. Diese Dreierhöhle, Höhe, diese Dreierhöhle, Höhe, ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Ja. Aber wir haben dann keinen Stein mehr, ne? Das ist ja dann schon, das ist ja das Problem, ne? Eins, zwei. Obwohl, das finde ich schon wieder, sieht nett aus. Weil man hat ja früher, ne, zu Zeiten von Bogen etwas unkonventioneller gebaut. Und das gefällt mir eigentlich schon wieder. Muss ich jetzt mal sagen. Ja. Könnten wir das vielleicht auch noch, ne, hier machen wir das nicht, glaube ich. Das wäre Quatsch, ne? Oder? Wir gucken mal eben. Wer ist jetzt weggefallen? Oh, die Leiter. Ach, das geht ja gar nicht, weil wir können ja, na, das ist ja das Problem, was wir in den Türmen hatten, ne? Genau. Du kannst auf diese geschüsselten, keine Dings draufpacken. Aber so geht es auch. Ja, guck mal an. Na, das sieht nicht aus. Guck, hier auf, da gehen wir wieder zu. Wo ist jetzt die Silk Touch? Starr. Danke. Wo ist der Stein? Weg. Wo ist der Stein weg? Ey, wat ne Sau. Einmal ein Loch im Haus, Karl Otto. Wo ist er? Wat ne Sau. Komm her. Oh. Ey. Danke, komm mal vorbei. Ich kriege da nicht hin. Ey. Das schneide ich raus. Das ist heldenhaft aussieht. Das geht doch wohl nicht. Wo ist er? Wer? So. Das schneiden wir raus. Ich mache nur so diesen letzten Shot. Dann sieht das aus, als ob ich genial gewesen wäre dabei. So, wo war denn jetzt unser Kackholl? Äh, Stein? Äh. Hä? Ich habe gerade Stein gehabt. Ach da. Wieso ist denn der Do? Ist das der gleiche? Jo. So. Jetzt nehmen wir mal eben die Fackel. Packen die wieder hier dran. Genau. So haben wir nicht gewettet, meine Freunde. Ups. Äh, wir gehen mal da drüben hin. So, das finde ich jetzt erst mal gar nicht so schlecht. Okay. Also wir gucken mal. Obwohl wir ja die Fenster dann mit den... Siehst du, jetzt siehst du nicht mehr, aber er kommt. Hallo, Freunde. Oh, hi. Ja, bleib doch draußen. Schön, dass du da bist. Aber geh doch wieder. Ja, okay. Ich würde sagen, wir cutten mal hier. Ich schieße noch ein paar Zombies ab, damit das cool aussieht. Damit ihr seht, ich bin so ein richtiger Held. Ja, schieß mal daneben, du Held. Wo ist denn noch einer? Wo ist denn jetzt? Und zwar stecken die sich auch noch. Wie feige sind die denn? Also ich bin hier so mutig. Ich stehe oben am Haus, wo mich keiner kriegt. Genau. Okay. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, und wenn ja, guckt mal die eine oder andere Folge. Da sind schon ein paar auf dem Channel. Und wenn er in den nächsten drei Jahren die Folgen findet, ist auch gut. Das wäre gar nicht mehr so schlecht. Dankeschön. Und tschüss.